Der mehrfache deutsche Seniorenmeister U80, ja nicht sogar U85, kann ich jetzt nicht genau sagen. Erich Buchner aus Diebersdorf, Mittelfand, U82. U80, links und da. Hat natürlich zur Zeit, als es noch die braunen Barna Hacks gab. Er hat so endlos mit Barna gespielt. Hat möglicherweise jetzt auch noch 13 Noppen ohne Schwamm. Zumindest auf einer Seite. Spielt so gut wie ohne Top-Spring. Schützen, sicher. Verteidiger, sicher. Schuss, sicher. Und notfalls auch noch am Netz eine Korinfee. Die Komotzkoffre kann der 60er-Jahre. 10 zu 2. Steckigen, er zappelt noch. Ja. Der 11. Punkt ist immer der schwerste. Und am Schluss noch ein netter Versuch. Hätt auch kommen bekommen. Um.